Riff your side, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück, ihr Dragon Ball Superfans hier bei Dark Schneggel Reviews. Ja, heute gibt es mal wieder nach langer, langer Zeit eine Dragon Stars A Serious Figur von Bandai. An dieser Stelle geht nochmal ein großes Dankeschön raus an Bandai, aber auch an den Euronerd. Ich muss vorweg noch eben kurz was loswerden. Es kann sein, dass das hier tatsächlich eine der letzten Bandai Reviews hier auf Dark Schneggel Reviews erstmal sein wird. Denn ich glaube, die Zusammenarbeit ist in Zukunft auch nicht großartig besser. Ihr habt es ja selber gemerkt, es war jetzt die Nürnberger Spielwarenmesse, daher kommen die ganzen tollen Figuren. Aber dann kam erstmal gar nichts mehr von Bandai und wir hatten ja dann auch das große C und da hatte sich Bandai, in dem Fall ist es ja Bandai Frankreich leider, dann auch gar nicht mehr großartig gemeldet, sagen wir jetzt mal. Weil da war halt nichts los, weil alles dicht war. Und ich denke mal, das Thema ist leider jetzt auch erstmal durch. Daher genießen wir in dieser Review erstmal die letzte Dragon Ball Super Dragon Stars Figur. Kann natürlich sein, dass in Zukunft sich nochmal was ergibt, aber liebe Leute, ich bin ganz ehrlich zu euch, leider, leider glaube ich da jetzt erstmal nicht mehr dran. Wer weiß. Also, Dragon Ball Super, Super Saiyan 4 Son Goku. Eine richtig coole Figur. Das Ganze natürlich nochmal schön in der Dragon Stars Series Verpackung. Das ist so diese gräuliche Verpackung, wo so ein bisschen schon die Risse hier kommen, weil die Energie dieser Figur einfach viel zu stark ist. Das Ganze hier hat nochmal mit Super Saiyan 4 Goku alt ausgetextet. Auf den Seiten, ja, auf den Seiten hier zum Beispiel ist nichts, aber auf der anderen Seite, hier auf der, grummelt euch der Super Saiyan 4 Goku noch an. Das sieht aber auch ganz cool aus. Schöne Art Style natürlich, also wirklich sehr, sehr nice gemacht. Aber auch da ist der Hintergrund leider nur in diesem Grauton gehalten. Das hätten sie vielleicht noch ein bisschen farblich machen können. Und wenn ihr noch mehr Interesse an den aktuellen Dragon Stars Figuren habt, was gibt es denn da noch? Ja, schauen wir mal auf die Rückseite. Denn da gibt es geballte Highlights. Sehr, sehr cool. Serie 9 und Serie 10 sind hier am Start. Unser guter Goku ist aus Serie 9. Das heißt, die 10er Serie, leider kann ich sie euch nicht mehr zeigen, denke ich mal. Aber schaut mal, wir haben hier in der 9er Serie Piccolo, Freeza in der ersten Form, den Super Saiyan 4 Goku. Und in Serie 10 gibt es Android 17, sehr genial. Und den Super Saiyan 3 Goku und Cell in seiner finalen Form. Das sind richtig coole Figuren. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an diesen Figuren habt, schaut unter anderem mal vielleicht bei Müller oder sowas vorbei. Die sind überall zu sehen. Guckt da einfach mal rein. Ich habe sie auch sogar schon bei Smith Toys gesehen. Also überall habt ihr die Dragon Stars Figuren, wenn sie euch interessieren. Und ich würde sagen, wir packen jetzt so ein Goku aus. Denn ich freue mich drauf. Es ist eine sehr coole Figur und ich mag irgendwie die Optik vom Super Saiyan 4. Na schaut mal, ausgepackt ist er doch echt solide. Gefällt mir. Ich habe lange echt keine Dragon Stars Figuren mehr gezeigt. Und ich bin immer noch sehr zufrieden damit. Obwohl auch diese Figur leider unter einem der Dragon Stars Serien Problemchen halt leidet. Es sind die Gelenke. Komischerweise ist das bei den Anime Heroes von Bandai, unter anderem bei Naruto, nicht so der Fall, dass wir hier lockere Gelenke haben. Es sind irgendwie immer bei den Dragon Stars ein bisschen Probleme. Aber wenn ihr die Serie kennt und sammelt, dann kennt ihr das natürlich auch selber. Ansonsten, er ist relativ minimalistisch. Es kommt jetzt nicht großartig noch viel Zubehör mit dabei. Zeige ich euch gleich nochmal kurz. Aber das ist eigentlich im Grunde alles, was ihr erwarten könnt, wenn ihr euch diesen Son Goku kauft. Aber ihr kauft euch ja nun auch diesen Son Goku allein wegen der Optik. Und die ist wirklich sehr, sehr stark. Hier hat Bandai auf jeden Fall wieder voll reingehauen. Das Gesicht und auch die Haare sind echt stark umgesetzt. Schaut euch mal diesen bösen, konzentrierten Blick von Son Goku an mit den rot unterlaufenden Augen. Richtig schön im Anime Style von Dragon Ball Super. Das sieht sehr stark aus. Aber das konnten die Dragon Stars Figuren immer. Das sah wirklich schon immer sehr gut aus und hat die Figuren wirklich sehr, sehr lebendig wirken lassen. Sogar der Mund, wenn ihr mal genau hinguckt, hat eine kleine Farblinie abgekriegt, damit das Ganze noch ein bisschen plastischer wirkt. Finde ich wirklich stark. Wenn ihr wirklich mit den Dragon Stars so nicht wirklich was anfangen könnt, dann müsst ihr eine teurere Variante wählen von Bandai. Die S.H. Figure Arts Figuren. Die sind dann nochmal eine andere Klasse, kann ich euch sagen. Aber für, ja, ich sag jetzt mal so um die 20, 25 Euro ist das, was wir hier haben, einfach mehr als okay. Da könnt ihr nichts falsch machen. Er sieht einfach stark aus. Wie gesagt, die Haare und alles, das haben sie nice gemacht. Die sind sogar wirklich sehr pieksig. Passt da so ein bisschen auf. Die sind unterteilt. Das ist ein Part der Beweglichkeit tatsächlich. Er hat so eine Art Nacken-Piece hier. Also damit hier so ein bisschen die Beweglichkeit gegeben ist, bewegt sich, ihr seht das ja, diese zwei Strähnen hier, die bewegen sich so ein bisschen mit. Das finde ich cool gemacht. Da wurde ein bisschen mitgedacht. Er hat wieder diesen typischen Dragon Stars, ja, steifen Nacken, sage ich jetzt mal. Weil Son Goku guckt natürlich konzentriert starr nach unten, irgendwie starr nach unten vorne. Also ihr könnt den Nacken dann aber auch nicht weiter bewegen. Und das geht leider nicht. Schauen wir uns mal den Körper an. Das ist hier halt diese Art Affenform. Wir haben hier also komplett die Brust frei. Da seht ihr die Muskeln. Da ist der Paintjob minimal. Ein bisschen sloppy, aber ist noch völlig im Rahmen. Und der Rest, die Arme und alles. Und dann halt auch der Bauchbereich. Das ist dann halt in diesem Braunton, Braun-Rotton gehalten. Das ist halt das Fell. Und das sieht wirklich auch sehr, sehr gut aus. Er hat hier noch so ein paar Schweißbänder hier an der Seite. In blau gehalten. Das haben sie auch nice gemacht. Lass uns mal ein bisschen switchen auf die Rückseite. Schaut mal da. Da seht ihr seinen sehr muskulösen, affenartigen Rücken. Sieht gut aus. Dann haben wir hier seinen Schwanz. Das ist das einzige Teil, was ihr an Son Goku halt noch anbringen könnt. Das ist hier einfach nur mit so einem kleinen Pack. Mit so einem kleinen Balljoint. Das wird hier einfach so reingedrückt. Klack. Und dann ist der Schwanz dran. Hat jetzt aber auch nicht wirklich die größte Beweglichkeit. Ist eigentlich eher rein optischer Natur. Seine Hose hat er so eine Art Gelb-Beige-Ton abgekriegt. Ist sehr minimalistisch gehalten. Was mir auffällt. Ich weiß nicht, war das bei den Dragon Stars schon immer so, dass man so extremst in die Gelenke reingucken konnte? Wie gesagt, ist schon wieder ein bisschen her. Aber das fällt hier gerade sehr auf. Also da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ihr könnt es aber auch ein bisschen zurechtbiegen. Dann funktioniert das schon. Aber es sieht gut aus. Trotz alledem. Es ist ja immer noch eine coole Actionfigur. Zum coolen Posen und zum Spielen. Da macht Son Goku hier alles richtig. Schaut mal. Auch die Füße. Da seht ihr auch nochmal hier schön diese Umwickelung hier. Und dann halt die normalen Kampfschuhe, die er so normal trägt. Hier normal in schwarz und weiß. Da passt das Ganze auch. Steht hier zufällig ein Datum drauf. Das würde mich mal interessieren, aus welchem Jahr Serie 9 hier ist. Jetzt muss ich mal gerade linsen. Aber nee, steht tatsächlich hier nicht drauf. Nur die Produktionsnummer. Ja, das ist auch eigentlich schon alles. Also das ist Son Goku. Das ist der Super Saiyan 4 Son Goku. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich ihn einigermaßen ausbalanciere. Denn er steht halt ein bisschen schwierig. Und dann zeige ich euch fix Zubehör. Da ist nichts viel bei. Ihr kennt das ja, Dragon Stars. Wir haben einmal für jede Seite so eine Hand. So eine Greifhand oder so. Ich sage jetzt mal, das ist die Kamehameha-Hand. Wenn ihr nämlich beide Hände austauscht, dann könnt ihr hier so gesehen das Kamehameha machen. Das geht ganz cool. Und dann halt diese Zwei-Finger-Transport-Gedanken-Hand. Die könnt ihr ihn dann halt auch noch an die Hand drücken. Aber auch nur hier auf der rechten Seite halt. Und das ist alles, was mit einem Zubehör mit dabei ist. Kann man machen. Wie gesagt, wenn ihr auf Kamehameha oder sowas steht, dann könnt ihr die beiden daran machen. Aber auch das hatten wir schon bei ganz, ganz vielen Dragon Stars Figuren. Und ähnlich sogar, wie gesagt, auch bei den Naruto-Figuren. Da ist das, glaube ich, fast genauso gemacht. Also da sind so ein paar kleine Gleichheiten mit am Start. Das heißt, mehr gibt es an Son Goku gar nicht mehr zu zeigen, außer die Beweglichkeit. Und jetzt zeige ich euch leider diesen kleinen Negativpunkt. Denn das sind wirklich die Gelenke wieder mal in den Hüften. Und auch die Füße leider. Ja, ihr müsst ihn wirklich ausbalancieren, weil er sonst tatsächlich umkippt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, wir kennen es leider nicht anders. Also, wird ein kurzes Video auf jeden Fall. Ich fange jetzt mal mit dem Kopf an, Leute. Der Kopf, der sitzt auf dem Kugelgelenk, ist aber natürlich eingeschränkt, dadurch, dass er diese krasse Haarpracht hat. Wie ich es euch gesagt habe, der Nackenpart, ihr seht das ja, wenn ich das Ganze bewege, der ist nochmal separiert und bewegt sich relativ cool mit. Wir gehen mal auf die Rückseite. Da seht ihr das, dass nämlich hier diese drei Haarsträhnen hier, die sind separat von den oberen drei Haarsträhnen. Also, da habt ihr eine coole Beweglichkeit auf jeden Fall nochmal drin. Ihr könnt so ein Goku dadurch nämlich doch relativ normal den Kopf nach rechts und links bewegen und ein bisschen noch nach unten. Aber viel Beweglichkeit erwartet er halt nicht. Dann kommen wir zu den Schultern. Auch wenn das ein bisschen komisch aussieht, die Schultern haben dieses Kippkugelgelenk. Das heißt, wir können sie auch so ein bisschen nach oben bringen. Dann geht hier noch diese Lücke verloren. Dann ist alles gut. Also, das geht und die Schultern kriegen wir wirklich so weit hier nach oben. Das ist auch mehr als okay. Das gefällt mir. Bicep Swivel ist hier von Bandai auch sehr stark. Der ist übrigens super fest. Wenn das bei den anderen Gelenken auch so wäre, wäre das schön auf jeden Fall. Dann die doppelten Ellbogengelenke. Da sage ich nichts. Die sind hier auch mal sehr gut gewesen bei den Dragon Stars. Und die Hände konntet ihr 360 Grad drehen und ein bisschen kippen. Das sind hier die normalen, warte mal, ich zeige es euch, Kugelgelenke, die hier drauf sind. Diese feinen, dass das Austauschen immer so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Warte mal, wenn ich das hier schon habe, dann mache ich gleich mal die Transport, die Teleporterhand hier drauf. Müsste doch eigentlich relativ leicht hier gehen. Äh, sage ich jetzt so. Okay, ist drauf. Funktioniert. Ansonsten, Son Goku. Oberkörperbeweglichkeit ist tatsächlich eine drin. Die ist unter dem Gürtel versteckt. Da ist so ein kleines Kugelgelenk noch mit drin. Aber ist jetzt nicht zu viel. Der Gürtel ist separiert. Aber ihr könnt jetzt Son Goku so ein bisschen nach vorne und nach hinten und nach links und rechts bewegen. Das ist dann so gesehen auch schon die eingebaute Hüftbeweglichkeit, die mit dabei ist. Ich muss hier mal wieder ein bisschen alles zurecht drücken. So, sieht gut aus. Jetzt kommen wir zu den problematischen Teilen. Das sind hier die Hüftgelenke. Die sind sehr, sehr locker. Wie gesagt, ihr könnt sie so ein bisschen hoch und runter switchen. Ähnlich wie bei den Armen. Ihr seht das ja hier. So eine Beweglichkeit ist hier drin. Aber sie sind sehr locker. Und sie sind auch sehr filigran. Das ist so das kleine Problemchen auch hier bei den Dragon Stars. Wir wollen passt bitte sehr auf. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt in die Kamera für euch reinkriege. Aber hier drin sind auch diese leichten Stabkugelgelenke. Die können ganz, ganz böse knacksen. Das ist mir schon mal passiert. Und können auch mal ganz fix hier mal aus der Halterung rausfliegen. Also da bei den Hüftgelenken passt da bitte sehr auf. Und das ist halt dieser Part. Das ist hier. Das ist es. Das ist leider das Dragon Stars Problem. Das kennen wir aber schon. Wie gesagt. Bei den SH Fegerarzt Figuren ist mir sowas noch nie untergekommen. Nur halt bei den Dragon Stars. Dann eine Hüftbeweglichkeit können wir natürlich trotz alledem hier simulieren. Das ist ganz gut gemacht. Ihr seht das ja. Eine Hüftbeweglichkeit. Das ist ein Oberschenkelschnecke. Die Oberschenkelbeweglichkeit. Die Knie. Ihr seht das ja. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. So verschwindet das Ganze hier so ein bisschen, wenn ihr die Beine gerade habt. Sind doppelte Kniegelenke. Auch die gehen wirklich sehr, sehr gut. Das sind glaube ich auch schon wieder neuere Gelenke. Ich glaube, ich habe das schon mal andere damals gesehen. Aber völlig okay. Das reicht mir. Da sind die Gelenke auch wieder sehr stark. Also ohne Probleme. Dann die Füße. Hier ist alles stark. Hier könnt ihr nichts drehen. Da geht gar nichts. Aber die Füße sind halt noch beweglich. Die sitzen auch auf diesem Art Kugelgelenk. Ihr merkt das jetzt schon. Wenn ich es hier nur antippe, ist das Ganze hier auch sehr locker leider. Also da ist kaum Stabilität drin. Das Ganze ist leider viel zu locker. Und eine Beweglichkeit ist da jetzt auch nicht eine große drin. Ihr könnt den Fuß 360 Grad drehen und minimal nach vorne und nach hinten bewegen. Und gerade diese Bewegungspunkte hier, die sind die, die das Ganze so ein bisschen noch wackelig machen. Also Hüfte, Füße, Katastrophe. Leider mal wieder. Das ist sehr schade, aber ich finde die Figur ist optisch mal wieder sehr gelungen und sieht sehr gut aus für das Geld, was ihr dafür bezahlt. Und ansonsten noch der Schwanz. Den könnt ihr dann hier so ein bisschen drehen, so ein bisschen hin und her bewegen. Aber leider auch nicht mehr. Das war es dann auch schon. Das ist unser Super Saiyan 4 Son Goku. Eine coole Figur, trotz alledem. Ich hatte schon einige Dragon Stars Figuren hier auf meinem Review Bereich und kann trotz alledem behaupten, ich mag diese Figurenreihe. Die machen einfach Spaß. So eine Figur kann man sich mal eben mitnehmen. Wenn ihr, wie gesagt, irgendwo unterwegs seid und die seht, dann schnappt sie euch einfach. Ich weiß nicht, wie da die Zukunft in Sachen Bandai aussieht. Ob es nach Welle 10, 11, 12 oder noch mehr gab. Keine Ahnung. Aber ich hoffe für euch Dragon Ball Fans, dass da noch viel mehr kommt. Denn auch Dragon Ball geht natürlich weiter. Und das heißt, da müssen natürlich auch noch weitere Figuren kommen. Es gibt auch unter anderem übrigens noch ein richtig cooles Playset vom ersten Turnier. Das konnte ich euch leider auch nicht zeigen. Aber auch da könnt ihr mal gucken, ob ihr das noch irgendwo seht. Das ist eigentlich auch ganz nice gemacht. Ich meine, da waren sogar ein paar zerstörbare kleine Teilchen mit dabei. Also da extra für die Dragon Stars oder für eure S-Edge-Fager-Artsfiguren könnt ihr da auch nochmal so ein kleines Diorama euch dann halt kaufen. Ich glaube, das war auch gar nicht allzu teuer. Ansonsten war Sengoku selbst, wie gesagt, die drei Hände mit dabei. Das ist Dragon Stars typisch. Mehr Zubehör haben die nie gehabt. Ist aber auch völlig okay. Wenn ihr auf die Optik dieser Figur steht, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Passt, wie gesagt, ein bisschen mit den Gelenken auf. Und ansonsten dürftet ihr eigentlich mit Sengoku zufrieden sein. Liebe Leute, das soll es von diesem Video gewesen sein. Der Super Saiyan 4 Son Goku von Bandai aus der Dragon Stars Series. Und ich würde sagen, ich bin raus. Also macht's gut. Bis zum Ende dann. Und natürlich reingehauen. Bis zum Ende. 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 Bis zum Ende.